gute werte wir gucken uns an sprungkraft 72 scheiße ausdauer gut stärke scheiße kopfball präzision super scheiße abfangen gut mann deckung gut für zwei kämpfe super gut grecce super super gut aggressivität 82 auch gut kann man sagen ist okay kann man probieren spielen man weiß nicht sie haben mich zum lachen gebracht gott segne sie zum ende eines arbeitstages tut das gut ich fahre jetzt gut gelohnt haben